Gute Handlingseigenschaften zählen mit zu den wichtigsten Punkten, die ein gelungenes und überzeugendes Material ausmachen. Bei Produktentwicklung stelle ich mit meiner Arbeit unter anderem sicher, ein anwenderfreundliches und praktikables Material zu kreieren. Bei der Entwicklung von Brilliant Everglow war es uns besonders wichtig, ein Material zu entwickeln, welches dem Anwender folgende Vorzüge bietet. Zum einen eine sehr geschmeidige Konsistenz sowie eine hohe Formstabilität beim Modellieren, eine einfache und schnelle Politur mit einem hohen Glanz als Endergebnis sowie eine perfekte Farbintegration. Unser Ziel war es, eine optimale Farbeinblendung, wenn gewünscht, auch nur mit einer Composite-Masse zu erreichen. Durch die Optimierung des Duo Shade-Systems, welche zwei Vita Shades in einer Farbe abdeckt, ist uns dieses besonders gut gelungen. Brilliant Everglow ermöglicht mit nur einer Universalfarbe ästhetische Einzelzahnrestaurationen zu realisieren. Ebenso besteht die Option von mehrfach geschichteten Füllungen in unterschiedlichen Transluzenzen, sofern es diese Situation erfordert. Für diesen Zweck haben wir fünf weitere Zusatzfarben entwickelt. Alle Farbkombinationen von opaken über universal bis hin zu den Schmelzfarben wurden akribisch aufeinander abgestimmt. Sie wurden unter verschiedenen Lichtbedingungen getestet und bieten somit ein Höchstmaß an Flexibilität. Gemeinsam haben wir hier ein erfolgreiches Composite entwickelt, welches sich mehr als sehen lassen kann.